Das ist jetzt in Lötig. Und hier im Bild der Zug, der uns nach Gemell bringen wird. Und hier noch ein Zug der Serie 300 in neuer Lackierung. Das ist jetzt hier in Gemell. Und hier sieht man die Anlagen des GLT-Versuchsbetriebes mit dem Depot. Und hier jetzt eine Weiche des GLT im Detail. Und die Einfahrt zum Depot. So, das ist jetzt am Bahnhof Schöllerer Süd. Und zu sehen ein Zug der Linie 54 nach Gilly. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, was denn? Oh, bin ich im Weg? Okay, und hier nochmal ein Zug in der neuen Lackierung in der Abstellanlage am Bahnhof Schollerer Süd. Okay, das ist jetzt La Louvière. Okay, das ist jetzt La Louvière. Okay, das ist jetzt La Louvière. Und hier jetzt an der Haltestelle La Louvière Gasometra, der Museumstriebwagen, der Asfi. Und jetzt noch einige Details am Triebwagen. Und jetzt noch meine schönen Ansicht ohne Autos. Und hier noch der Außenspiegel. Okay. 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 3,2 km Das ist der Kaffee. All right. 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 Es gibt einen kleinen Passwort für die Sanktion. Es ist gut zu sagen, dass es excepcional ist, dass es eine Linie zu verabschieden ist. Es gibt keinen Tram-Tipp-Bass. Die Strecke Entschuldigt, das geht doch ja noch mal. Hier auf der linken Seite ist man relativ hoch. Statt mal auf der ganzen Bauernzeit. Die Wasserskala. Wie lange war denn hier noch da? Die Jahre 30, vielleicht noch bis zum Krieg. Vielleicht bin ich froh, bis zum Osten bin ich bei Dolmetsch. Ja, man weiß es ja vorher nicht. Ich bin froh, bis zum Osten bin ich bei Dolmetsch. Ich bin froh, bis zum Osten bin ich bei Dolmetsch. Böse. Böse. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das ist die Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh oui, Regos, attention. Ja, 60. De ce côté ici, ça va. On ne va pas suivre. C'est pour faire attendre l'autre tram. Exactement. C'est pour la radio quand même. Surtout comme aujourd'hui, parce qu'elle travaille en situation dégradée, elle n'a pas de dispatcher, tout passe. Alors je l'ai appris d'écriturement, tout passe par le dispatcher, tant que lui, qui comprenne ce que je lui veux. Bon, c'est cette écrite. C'est cette écrite ici. On verra tout à l'heure, oui. Il y a un problème? Maintenant, oui, c'est vrai. Oui, non, monsieur. Ah, il y a un choc dans la voie, d'ailleurs. Mais le tram qu'on vient de passer, c'était quoi? Ça, c'est un 89, mais qui va par là. Qui va? Par là. Oui, je le vois, il était sur l'autre voie. Mais celui-ci, c'est quoi? Mais ça, c'est un 89, mais qui va par là. L'autre, en cas quand c'est vert, c'est un tram qui va par là. Oui, ça, d'accord. Il y a un placement normal ici? Eh ben, oui. Donc, on est une lumière, l'avance, par rapport à nous? Oui, si vous sautez, vous avez le frein. Comment il est chaud, là? Souvent, ils ont pas vu le camion. C'est pas la même marque à bruce. C'est quoi le camion à gauche? Ils sont plus gros. Ils sont plus gros. Oui, ils sont plus gros. On fait pas un arrêt glace? Non, on a pas le temps. On va attendre. On a des glaces. On a des glaces. Das war's für heute. Und dann, wenn wir in der Kabat-Zunah mit in der Lagerne sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist jetzt das Streckenende der Metro in Gilly und es ist gut zu erkennen, die Trasse, die schon weitergebaut wurde, nur wie es am heutigen Tage aussieht, nie mehr in Betrieb gehen wird. Und das ist jetzt ein Zug der Linie 54 in der Endstation Gilly. Der hat auch schon die neue TEC-Lackierung. Also hier die Metrostation Borsau mit einem alten Straßenbahnwagen der städtischen Straßenbahn von Chalora. Also hier die Metrostation, die man nicht macht. Also hier die Metrostation, die wir hier in die TEC-Lackierung sind,